Nee, also enge Straßen in niederländischen Kleinstädten ist nicht das natürliche Habitat dieses Karvensmanns. Der fühlt sich eher auf weiten Pisten abseits der Zivilisation wohl. Dafür bringt er auch gleich mal alle Gegenstände an Bord mit, die das Leben unterwegs so richtig komfortabel machen. Von der Fußbodenheizung über den Tiefkühler bis zur Waschmaschine. Und aus sicherer Höhe die Tierwelt beobachten, geht mit ihm auch prima. Ja, heute sind wir mit dem vermutlich teuersten Hochstand der Niederlande unterwegs, nämlich einem MAN TGM 18320 von Twiga. Und den gucken wir uns erstmal von innen an, bevor wir eine Runde drehen. Als Unterkonstruktion für diese fast 8 Quadratmeter große Dachterrasse dient ein 5-Meter-GFK-Koffer mit sehr viel Luxus. Und um darauf zu kommen, es war eigentlich eine relativ simple Lösung. Man hat einfach einen Schrank so gebaut, dass man ihn als Treppe benutzen kann. Und dann einfach eine große Dachluke genommen und fertig war das Treppenhaus. Aber nicht nur auf dem Dach habe ich einen tollen Ausblick, sondern hier auch auf der normalen Wohnebene. Es gibt nämlich sehr viele und sehr große Fenster. Allein auf der Fahrerseite drei sehr große Outbound-Fenster. Und ich habe hier einen tollen Panoramablick. Also wenn es mal zu kalt ist oder regnet oder ich einfach nicht aus dem Bett aufstehen will, dann bleibe ich einfach hier und gucke hier aus dem Fenster. Dieser ausziehbare Tisch, den haben wir schon mal in einer ähnlichen Variante bei Krug gesehen. Nach wie vor war ein tolles System, denn ich habe kein störendes Tischbein und wirklich viel Platz hier. Ich würde sagen, vier Personen können ja bequem am Tisch sitzen. Schlafplätze gibt es trotzdem nur zwei auf einem 1,40 m breiten Querbett im Heck. Ist also ein richtig gemütlicher Dampfer für zwei Personen und lange Reisen. Schon allein an der Tatsache, dass diese Möbelbeschläge hier ziemlich gut dimensioniert sind, sieht man, dass dieses Fahrzeug nicht nur auf den nächsten Campingplatz fährt, sondern wirklich auf Reisen geht. Kurz nachdem wir fertig sind, geht das Ding auf dem Frachter Richtung Afrika. Aber was auch nicht zu übersehen ist, hier ist richtig Gewicht verarbeitet. Zehneinhalb Tonnen etwa wiegt das Fahrzeug leer. Mit diesen massiven Arbeitsplatten aus Koreanen. Wir haben ein großes Induktionskochfeld mit vier Kochplatten, Kühlschrank mit Gefrierkombinationen, Backofen. Hier ist also schon jede Menge Material verbaut und da kommt natürlich einiges zusammen. 16 Tonnen Gesamtgewicht, dafür ist der Twiga aus den Niederlanden zugelassen. Da darf es denn auch ein elektrisch rausfahrbarer Fernseher sein. Dann schauen wir jetzt mal hier vorne ins Badezimmer. Das ist auf den ersten Blick ziemlich leer, denn ich sehe nur eine Toilette und ein Handtuchtrockner. Muss ich nämlich genauer hinschauen. Mache ich das erste Fach auf, kommt das Waschbecken zum Vorschein und darüber ist noch ein Fach und da ist eine Waschmaschine hinter. Es gibt noch zwei weitere Besonderheiten hier vorne im Badezimmer. Zum einen, das ist ganz offensichtlich, es gibt keinen Durchgang nach vorne. Aber das zweite ist die Bauweise dieser Nasszelle. Die ist nämlich als komplett wasserdicht laminierter Bereich ausgearbeitet. Alles schön abgerundet und dann lackiert. Selbst das WC ist angeformt. Also ich kann das sehr gut sauber machen und ich muss nicht noch mit einem Einlegeboden und einem Ablauf arbeiten, sondern es ist alles hier direkt eingearbeitet. Finde ich eine ganz gute Lösung. Stauraum gibt es, das überrascht nicht, in rauen Mengen. Und alles in wirklich guter Qualität gefertigt, damit die Utensilien auch bei rauerer Gangart an Ort und Stelle bleiben. Die Möbel mit Nussbaum-Oberflächen werden nicht jedem gefallen. Gut aber ist, sie sind nicht aus Pappel, sondern aus Birkensperrholz gebaut, mit der entsprechend höheren Auszugsfestigkeit von Schrauben. Und wie steht es mit der Technik? Hier auf der Fahrerseite unter der Sitzbank ist die Wasserinstallation. Ich komme alles sehr gut ran. Frischwasserpumpe ist hier, die Abwasserpumpe ist da, Grauwasserpumpe ist da, das Inspektionsflug vom Frischwassertank. Da komme ich überall sehr gut ran. Die Kabel fliegen ein bisschen wild rum. Das überzeugt mich noch nicht ganz so. Aber hier sieht man auch zum Beispiel die Warmwasserheizung, die Radiatoren. Sprich, die erwärmen auch schön den Bereich von den Wassertanks mit, dass es eben auch bei Frost immer warm bleibt. Und die Warmluft nach vorne, die geht hier durch die kleinen Kiemenbleche raus. Hier auf der Beifahrerseite ist hingegen einfach nur sehr viel Stauraum verfügbar. Also wirklich große Fächer. Nicht nur unter der Sitzbank, sondern auch noch dahinter. Auf fünf Metern Länge und zweieinhalb Metern Breite haben zwei Reisende eine Menge Platz im Twiga. Dabei ist alles trotz der schicken Optik auf Haltbarkeit und Praxistauglichkeit ausgelegt. Gut. Verzichtbar ist wohl am ehesten die metallene Balustrade im zweiten Stock. Jetzt habe ich mir wohl, glaube ich, lange genug hier die Gänse und Möwen angeguckt. Wird also Zeit, die Dachplattform wieder zusammenzufalten. Das ist eine einfache Rahmenkonstruktion, die in vier Teilen zusammengefaltet wird. Und dann kannst du auch wieder auf Reisen gehen und dann probieren wir endlich mal das Auto im Fahrbetrieb aus. Wie gesagt, wer bei der Safari vom Dach aus Tiere beobachten will, kann das auch ohne Geländer. Immerhin, wenn man weiß, wie es geht, ist es schnell zusammengeklappt. Eine Sache, die mir hier beim Twiga gut gefällt, das ist diese freitragende Treppe. Zuletzt hat sich ja bei den LKWs das so ein bisschen verselbstständigt, dass diese Treppen immer komplizierter und schwerer und größer und elektrisch und hydraulisch wurden. Hier funktioniert alles noch vollständig manuell. Ist dementsprechend nahezu unkaputtbar. Das Ganze ist pulverbeschichtet und es gibt ein Geländer. Das muss ich jetzt im ersten Schritt hier oben einmal aushaken. Zack. Nachdem das Geländer abgebaut ist, muss ich die Treppe einmal hier entriegeln auf beiden Seiten. Und dann kann ich sie einfach nehmen und verschwinden lassen. Hier sind sogar extra Kunststoffbacken dran, dass hier nicht Metall auf Metall klappert. Und dann ist sie verschwunden. Riegel wieder zu. Ist die drin. Und dasselbe hier auch nochmal. Ist die einzige Stelle, wo ich mir dreckige Finger hole auf Dauer anriegeln und verschwinden lassen. Und schon ist die Leiter verschwunden. Wenn wir hier schon an der Stelle sind, man sieht bei 4,50 Meter Radstand und sehr tief hängenden Staukästen sind es also kein richtiger Offroder, sondern eher ein Reisemobil. Hier ist da eine große Dieseltank hinter. Wenn ich mal die Klappe hier vorne aufmache, dann ist auch schnell verraten, dass wir mit einem Euro 6 Auto unterwegs sind. Das ist alles hier verstaut und verkleidet und verblendet. Kommen wir zu einer anderen Besonderheit. Das ist die Reifengröße. Pistenfahrzeuge dieser Art sind ja eigentlich ganz gut bestückt mit den 385-65 R22-5. Hier sind es stolze 425 Millimeter in der Breite. Also richtig dicke Schlappen, aber es ist eine eher seltene Größe. Deshalb ist es gut, dass hier zwei Ersatzräder dabei sind. Es sind sogar zwei vollwertige Ersatzräder. Die stecken hier oben auf dem simpel gehaltenen Ersatzradhalter, der direkt an der Kabine verbolzt ist. Wenn ich die runterholen will, gibt es rechts und links die Aufnahme für einen manuellen Kran. Genauso wie bei der Leiter. Es ist simpel gehalten. Finde ich eigentlich ganz sympathisch. Im hinteren großen Staufach ist an der Rückwand die gesamte Elektrik verbaut. Die ist richtig üppig. Da sind über 500 Ampere Stunden Strom auf 24 Volt und ich habe immer noch viel Platz für Kleinkram. Kleinkram passt auch in die ganzen vielen Kästen, die hier unten wieder verbaut sind. Das ist zeitgleich auch der seitliche Unterfahrschutz. In der Mitte ist der zweite Tank. Hier vorne sind die Batterien. Was mir ausnahmslos gut gefällt, das ist die Wasserversorgung. Hier gibt es einmal normalen Wasserfiltern, zweistufigen UV-Endkeimer und jeder Wasserkreislauf in diesem Fahrzeug hat seinen eigenen Absperrhahn. Das heißt, sollte irgendwo meine Leitung kaputt gehen, dann kann ich auch wirklich sagen, nur am Boiler bitte das Wasser absperren und alles andere bleibt funktional. Finde ich ein schönes Detail. So, das hier ist der TGM Baujahr 2021. Alles neu, digitales Cockpit und nichts ist mehr wie gehabt. Es gibt hier keine Schaltkonsole mehr, wo die Handbremse dran ist. Die ist jetzt hier vorne und löst automatisch. Die Schaltfunktion vom Getriebe bediene ich hier an einem Lenkstockhebel. Der Allradantrieb hat eine neue Bedienkonsole. Es gibt jetzt hier so eine alte Multimedia-Wheel, um das große zweite Display zu bedienen. Also sehr viel anders. Man muss sich erst mal daran gewöhnen. Aber probieren wir es einfach mal aus. Die 320 PS bieten sowohl auf den Straßen dieser Welt als auch abseits mehr als genug Kraft. Doch da ist nicht immer ausschlaggebend für gutes Vorankommen. Wir sollten mal direkt das Offroad-Fahrprogramm auswählen. Das ist jetzt da. Und schon dreht hinten das Hinterrad durch. Also nehmen wir noch den Allradantrieb dazu. Zack. Und nehmen noch die Untersetzung dazu. Wo haben wir sie? Low Range. Und wir fahren einfach mal rückwärts aus der Lücke raus. Das ist alles an einem Hebel. Also wir haben den Retarder hier dran. Wir haben das Schaltgetriebe dran. Und das ist drücken und schieben. Und wie viele Funktionen? Ich ziehe mal eben durch. Eine Funktion, zwei Funktionen, drei Funktionen, vier Funktionen in einem Schaltknauf. So, nochmal. Offroad haben wir ausgewählt. Drehen und rückwärts. Und nicht einfach nur rückwärts bewegen. So. Und drehen für vorwärts. Nicht nach vorne schieben. Drehen. Dann haben wir auch einen Vorwärtsgang drin. Ja, da muss man sich wohl erst ein bisschen dran gewöhnen. Was dagegen überhaupt keine Eingewöhnungszeit kostet. Die sehr gut gedämmte Fahrerkabine mit all ihren Annehmlichkeiten. Wir haben natürlich das L-Fahrer-Haus mit der Pritsche hinten dran. Damit ist das schon ein ziemlich wuchtiger Apparat. Ich zähle in Summe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Spiegel. Da habe ich eigentlich einen guten Überblick in alle Richtungen. Sitz ist wie immer eine Wohltat. Und auch die Übersichtlichkeit des Armaturenbretts ist beim neuen TGM deutlich besser. Nur mit der Automatik am Lenkstockschalter hadert Martin immer noch ein bisschen. So, rückwärtsgang. Nicht nach unten bewegen. Das ist der Retarder. Sondern drehen. Und dann geht's los. Ich finde das Fahrzeug tatsächlich ganz übersichtlich. Trotz seiner 4,50 Meter Radstand. Und immerhin 8,50 Meter Gesamtlänge. Keine Frage, so ein Reisemobil ist ein massiger Gefährte. Mit 25 Litern Verbrauch auf 100 Kilometern am Testtag allerdings hielt sich der Durst im Rahmen. Bei so viel Fahrkomfort muss man schon aufpassen, nicht zu beherzt. Im Gelände zur Sache zu gehen. Allerdings beweist der Twiga, dass er auch bei unangepasstem Tempo gut kontrollierbar bleibt. Das hat einen Grund. Der Aufbau hat ja hinten eine Vierpunktlagerung. Dementsprechend ist hier schon ein bisschen mehr Bewegung im Koffer als bei einer Federerlagerung zum Beispiel. Aber bislang finde ich das Fahrverhalten noch sehr angenehm. Es ist nicht so, dass er sich aufschaukelt. Und selbst wenn ich jetzt mal das ein bisschen forciere und ein bisschen... Das wäre eigentlich doch sehr ruhig, wenn ich in den Spiegel gucke. Also das fühlt sich ganz solide an. Und solide ist am Ende überraschenderweise auch der Preis. Denn auch wenn 460.000 Euro an sich eine Menge Geld sind, bietet der Twiga MAN doch eine ganze Menge. Und das findet man sonst eher nur im Premium-Segment von Herstellern wie Action Mobile, Unicat oder Orange Work. Um wirklich in der obersten Liga mitspielen zu können, muss Twiga aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Liebe zum Detail beweisen. Wer darauf verzichten kann, bekommt mit dem niederländischen Loft-Laster aber schon jetzt einen handfesten Gefährten. Und wenn ihr euch jetzt erstmal in der XL-Klasse umsehen wollt, dann bekommt ihr hier in unserem Kanal einen breiten Überblick. Sollte Ben